Habe der Ehre, Servus Christa, herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal. Heute, jetzt schon im Hintergrund, geht es wieder um das Thema LKW und zwar ein sehr umstrittenes Thema, nämlich die Reihenfolge der Schlauchanschlüsse vom Anhänger zur Zugmaschine und ich erkläre euch heute in diesem Video, dass die Reihenfolge im Prinzip egal ist, denn es gibt keine richtig oder falsch. Wenn ihr es wissen wollt, bleibt dran und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich bin ja mal mega gespannt, ob das Wetter jetzt herhält, wenn man jetzt hier so schaut, im Hintergrund, es ist strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint, es hat bis vor einer knappen halben Stunde geregnet, was das Zeug hält. Ich habe schon gar nicht gewusst, ob ich das Video überhaupt drehen kann. Und wie es momentan aktuell ausschaut, strahlend blauer Himmel, ist ja mega. Also kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Es geht ja um die Reihenfolge der Anschlüsse am LKW. Wir haben hier einmal Strom, einmal rot, einmal gelb. Die, die jetzt aktuell in der Fahrschule sind und kurz vor der Prüfung stehen, ihr behaltet euch natürlich im Hinterkopf, das was ich euch heute sage. In der Prüfung ist aber gelb, rot, schwarz und dann gibt es noch so einen kleinen Merksatz, rot darf nie alleine stehen. Vorweg mal gleich, ich bin kein Fahrlehrer, ich rede nur aus praktischer Erfahrung, wie man es machen kann, damit man sich beim Aufsatteln und beim Absatteln des Anhängers leichter tut, weil ich sehe da immer wieder, dass die Leute da Schwierigkeiten haben, weil er nicht richtig hoch geht, weil er nicht richtig runter geht. Das liegt meistens daran, dass das mit den Schläuchen hier hinten nicht so verstanden ist, wie es eigentlich, naja, dass sie es nicht so verstanden haben, wie es eigentlich gehört bzw. dass es in der Praxis so angewendet wird. Für die, die jetzt schon länger dabei sind, die werden es wahrscheinlich wissen, also für die, die schon länger LKW fahren, werden es wahrscheinlich wissen, aber für die, die jetzt noch relativ neu sind, gerade von der Fahrschule kommen oder gerade in der Fahrschule sind, nochmal einen kleinen Reminder. Also der gelbe Schlauch ist ja dafür da, dass der Anhänger gebremst werden kann. Der rote Schlauch ist einzig und allein dafür da, dass der Anhänger hinten Luft bekommt, für seine Luftbalk, damit er austarieren kann, damit er natürlich gefedert ist und damit die Bremse überhaupt funktioniert. Naja, und zu guter Letzt haben wir dann noch den Schwarzen, der ist für das Licht und dann gibt es ja seit Einführung des ABS, keine Ahnung, wann das eingeführt worden ist, gibt es ja noch einen zweiten Schlauch, ähm, zweites Kabel für das ABS. So, und jetzt kommen wir aber mal zu dem Thema, warum dieses eigentlich so umstritten ist, dieses Thema, was man jetzt wie, worum anschließt. Es gibt ja hier jetzt diesen schwarzen Knopf für die Bremse, den kann ich jetzt nicht drücken, der bleibt draußen, weil an der Zugmaschine vorne die Handbremse drin ist. Das heißt, der Anhänger ist jetzt an beiden Achsen gebremst, gebremst, vorne und hinten. Dann haben wir hier noch den roten Knopf. Den roten Knopf braucht man eigentlich nur dann, wenn man die Zugmaschine bzw. wenn man den Anhänger von der Zugmaschine abklemmt. Wenn ich jetzt hier dran ziehe, kommt ein ganz kurzer Luftstoß, weil die Luft ist ja schon quasi draußen, ist ja schon leer. So, wenn ich jetzt aber den gelben Schlauch hinten abschließe, dann werde ich hören, es zischt unheimlich länger. Achtung. So, jetzt ist nämlich eine Bremse vom Anhänger auf und eine Bremse ist immer noch zu. Tja, aber welche? Kurioserweise ist diese Reihenfolge hier von diesem schwarzen und von dem roten genau andersrum, wie es im Anhänger eigentlich wirklich ist. Die schwarze ist für die volle Achse und der rote ist für die hinterachse. Und wenn ich jetzt den roten noch mal ziehe, werdet ihr es gleich hören. Zischt die Luft ein bisschen länger. Weil jetzt die Hinterachse wieder gebremst ist. So und jetzt zum Aufsatteln und zum Absatteln ist es ja elementär wichtig, dass es funktioniert, weil ich schließe jetzt noch mal den gelben Schlauch an und zeige euch kurz den Fehler, den die meisten machen, wenn sie den gelben Schlauch nicht abmachen. Denn sie haben ja gelernt, gelb, rot, schwarz. Rot darf nie alleine stehen. So und jetzt versuchen wir mal, dass wir mal den Anhänger aufbocken. Im Prinzip geht man her und macht die Luft nach oben. So und jetzt seht's, bewegt er sich hier vorne relativ langsam. Ihr merkt, ich bin hier gerade in einem Industriegebiet, wo ein paar Ecke wir fahren. Kann also sein, dass wir ab und zu mal ein bisschen gestört werden. Und während ich hier am Quatschen bin, sieht man, naja, es tut sich nicht viel. Der Hebel, man hört's vielleicht, der ist aber immer noch auf oben. Ja, passiert nichts. Wenn ich jetzt das Bein hier raus mache, reicht mir die Höhe aber nicht, weil der Anhänger nicht hochkommt. Jetzt machen wir mal kurz hier auf Stopp, weil verdüdeln wir unnötig Luft. So und jetzt müsst ihr aufpassen, was passiert mit dem Anhänger, wenn ich jetzt den gelben Schlauch abmache. Mal so rumstellen. Passt's mal auf, was jetzt passiert. Ich schließe jetzt hier den gelben Schlauch ab. Fum! Haut's den Anhänger fast ein Meter hoch. Wie kommt das? Ganz einfach. Weil beide Achsen gebremst sind. Ich hoffe, ihr hört's mich vom Wind noch. Ich hab extra meinen Puschel hier dran. Jetzt sieht man, dass der Anhänger um einiges höher ist. Und wenn ich ihn jetzt nochmal ablasse. Heiße, laut! So, jetzt ist der Anhänger wieder auf seiner Niveaustellung. Das heißt, das ist jetzt für die Fahrbereitschaft, dass er richtig gefedert ist, dass nicht zu viel Luft drin ist, nicht zu wenig Luft ist. Und er nivelliert sich, navigiert sich, nivelliert sich. Er richtet sich einfach jetzt selbstständig aus, dass er immer auf der richtigen Höhe ist. Jetzt ist der gelbe Schlauch ab. Und jetzt machen wir das gleiche Spiel nochmal. Jetzt pumpen wir den LKW mal auf und dann wird's gleich den Unterschied merken, wie schnell und rasant der Anhänger jetzt nach oben geht. Achtung! So, und wenn ihr jetzt hier her schaut, seht ihr, dass der Anhänger wesentlich schneller hochgeht, weil ja nichts gebremst ist. Also eine Bremse draußen ist. Und wenn man jetzt hier schaut, man sieht, sieht man das, dass sich der Vorderreifen leicht dreht. Jetzt werden sich die Leute fragen, wieso dreht sich der Vorderreifen, wenn der Anhänger ja steht, der wird ja jetzt nicht länger oder sonstiges. Das liegt einfach daran, dass der Federbalk, der ja den Anhänger nach oben hebt, nicht mittig von der Achse liegt, sondern hinterhalb der Achse. Deswegen kommt's zu einer Verdrehung des Reifens. Und deswegen bekommt man, seht ihr, wie schön hoch das jetzt ist? Deswegen bekommt man den Anhänger nicht hoch, wenn die Bremsen drin sind. Deswegen gelben Schlauch ab, eine Bremse raus, dann geht das Ding dann auch hoch. Und genauso ist es hinten auch. Hinten geht er jetzt auch wunderbar hoch. Wenn man jetzt beide gleichzeitig nach oben fährt und beide Bremsen sind drin, passiert gar nichts. Wenn man dann nämlich auch in den LKW steigt und löst die Handbremse, passiert das Gleiche, was ich hier mache, wenn ich den gelben Schlauch abmache. Der Anhänger schießt hoch. Und was bei 10 Tonnen Ladung nicht unbedingt gesund ist für den Anhänger oder für die Ware, die drin ist. Also lieber das Ding vorsichtig rauf und runter lassen, bevor da drin irgendwelchen Schaden nimmt. Und jetzt geht's in die entgegengesetzte Richtung. Jetzt schließen wir den gelben Schlauch an. Und jetzt lassen wir die Luft aus dem Anhänger wieder raus und lassen das ganze Ding mal ab. Dazu wird's natürlich jetzt wieder ein bisschen laut. Deswegen sehen wir das Ganze jetzt in einer kleinen Zeitraffer. Sorry, das war jetzt mein Fehler. Das kann man ja in der Zeitraffer gar nicht sehen, weil ja der Anhänger nicht nach unten gehen kann, weil die volle Bremse gebremst ist. Und ihr seht, er hört jetzt schon das Zischen auf. Aber das Ding kommt nicht runter, weil der gelbe Schlauch wieder dran ist und die Bremse ja drin ist. Und jetzt mache ich den gelben Schlauch wieder ab oder ich steige in den Elkweden rein und mache die Handbremse raus. Wir machen das jetzt einfach eins halber machen, den gelben Schlauch jetzt ab und jetzt passt es auf. Der Anhänger macht jetzt einen Satz und fällt einfach mal volle Kanne runter. Und jetzt ist er Gott sei Dank leer. Jetzt stellt euch vor, das Ding hat 10 Tonnen Ladung und ihr wollt den ablassen und ihr habt die Bremse nicht draußen. Also das tut den Anhänger nicht gut, das tut der Ladung nicht gut, das tut euch vielleicht eventuell auch nicht gut. Deswegen fahre ich auch ab und zu mal rum und habe den gelben Schlauch gar nicht dran. Um natürlich jetzt die hundertprozentige Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten, muss natürlich, wenn ich draußen fahre oder generell losfahre, alles angeschlossen sein. Aber die Reihenfolge ist total pieps egal. Ob ich erst gelb, erst rot, erst schwarz, erst schwarz, erst rot, dann gelb. Egal. In meinen Augen ist es sogar noch eher von Vorteil, wenn man den schwarzen als erstes ansteckt, weil meistens ist es ja so, dass man in der Regel irgendwo steht und hat den Warmblinker an. Jetzt kommt man, möchte den Anhänger anhängen. Was will man natürlich als allererstes? Entweder, dass man von hinten sieht, dass der Anhänger einen Warmblinker an hat oder dass er vielleicht sogar nachts das Licht an hat. Also wäre meine logische Reihenfolge, wie unsere Deutschlandflagge, schwarz, rot, gold. Ja, das war es auch schon mit der kleinen Tipp, mit der kleinen Einweisung. Wie auch immer, könnt ihr es benennen, wie ihr wollt. Ihr könnt es mir auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr gerne noch so wissen würdet. Weil diese Frage ist ja auch mehrmals in meinen Kommentaren geschrieben worden, warum ich die Reihenfolge nicht so beachte, wie es man in der Fahrschule lernt. Und wenn es euch jetzt fragt, warum ich schon wieder den roten habe, viele von euch kommen wahrscheinlich, weil sie das Video gesehen haben, mein neuer weißer. Das erkläre ich in einem anderen Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr weiterhin von mir Tipps haben wollt, könnt ihr euch das zeigen, indem ihr einen Daumen nach oben gebt. Abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal. Glocke aktivieren, dann verpasst keiner meiner weiteren Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, euer Dirk.